Die Ausbildung als Metallbau, Fachricht und Konstruktionstechnik dauert dreieinhalb Jahre. Ich habe dann drei Gesellenjahre gemacht und danach den Meister auf Teilzeit. Die Weiterentwicklung ist immer da. Also es wird so, wie man es eigentlich braucht, so wird dann auch geschult. Das Metallhandwerk habe ich für mich selber gewählt. Für das große Spektrum, wie man Bleche oder auch Flachstelle bearbeiten kann. Also ich würde den Betrieb den jungen Leuten weiterempfehlen durch die Aufstiegsmöglichkeiten in diesem Berufsfeld, durch die Vielseitigkeit, was man erlernt über die einzelnen Wege, wo jeder eigentlich dann nach seiner Lehre nochmal einschlagen kann. Es wird das Handwerk nie aussterben und Metall auf gar keinen Fall. Und ich habe mal einen schönen Slogan gelesen, eben auch von der Kammer. Egal wie ein Fußballspiel ausgeht, das Handwerk hat ja nur zwei Tore gemacht.